Die Frau neben mir, liebe Zuschauer, die kennen Sie, denn sie hat zum Beginn dieses Jahres, also Januar, Februar 2007, den Biathleten bei der Weltmeisterschaft die nötige Motivation mitgegeben. Herzlich willkommen, Barbara Zanetti. Hallo. Und Sie sind, Barbara, das darf ich verraten, nicht mitgelaufen, sondern haben was gemacht? Ich habe sozusagen den Song komponiert, zeichne mich für Textmusik verantwortlich und habe das Ganze live im Rahmen dieser Eröffnungsshow dann präsentieren dürfen. Den offiziellen WM-Song für die Biathleten-WM in Antolz, da war das Ganze live vor Millionenpublikum. Wie hoch hat das Herz geschlagen? Ja, sehr hoch. Ich war total aufgeregt, aber es war wunderschön, wirklich eine atemberaubende, fantastische Atmosphäre vor Ort. Was regt mehr auf? Die Angst davor, den Text zu vergessen oder aber nicht gut genug zu singen? Also für mich war es mehr die Angst, nicht gut genug zu singen, denn hier sind trotzdem einige Temperaturen gerade weniger als in wunderschönen Kaltern, wo auch die Atmosphäre fantastisch ist, aber die Stimme ist da schon etwas angeschlagen, wenn es zu kalt ist. Also im Winter draußen singen live ist einfach anstrengend und schwierig und kann auch nicht jeder. Sie haben es prima hingekriegt. Wie wird denn ein Song zu einem offiziellen WM-Song? Was muss der haben? Ich habe mich versucht, inspirieren zu lassen von dieser sehr spannenden Sportart, habe das Ganze dann auch versucht zu praktizieren. Leider fehlgeschlagen. Also Sie haben Biathlon mal probiert? Ja, ich habe es probiert, aber wie gesagt, ich bin kläglich gescheitert und habe das Ganze dann einfach versucht, musikalisch umzusetzen in diese dynamischen, kraftvollen, rhythmischen Art, die dann auch eine klare textliche Botschaft beinhaltet, nämlich, dass es immer vor allem im Sport um diese mentale Stärke geht. Und dass das Lied fabelhaft ist, liebe Zuschauer, davon können Sie sich gleich jetzt nochmal selbst überzeugen. Höchste Zeit in der Frühlingsshow aus Südtirol für Glory Time. Hier ist Barbara Zanetti. Das ist die Zeit, ich habe wundern, ich habe wundern, ich habe wundern, für die Herausforderung, die Räste, die Chance hat sich verändert, und ich habe wundern, ich habe wundern, ich habe wundern, ich habe wundern, Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020